Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von A Way Out zusammen mit dem lieben Micha Hi Moin Wir sind hier wieder am Start Wer die letzte Folge verpasst hat, der hat Michas Kanal noch nicht abonniert Deswegen unbedingt rechts um beim i vorbeischauen Und beim Micha vorbeischauen Da kam nämlich die letzte Folge online Wir wechseln uns immer ab Jede Folge ungefähr um die 30 Minuten Relativ uncut In der letzten Folge haben wir uns ein paar Laken besorgt Da sind wir nämlich schon ans Ausbrechen gekommen Und jetzt müssen wir hier runter und ausbrechen Oder was auch immer machen Keine Ahnung Auf jeden Fall kriecht Micha schon mal runter Und deswegen gehe ich hinterher Hui, wir hätten auch springen können Wachen Ähm Oh Das ist natürlich unpraktisch Dann sollten wir hier weg Ich denke mal wir kommen hier runter Unbedingt auch bei der letzten Folge vorbeischauen Da habe ich alles grundlegende erklärt Wie das hier abläuft, das Projekt Und Ja Ich bin mega gehypt drauf, wie das hier weitergeht Von daher viel Spaß Wir heben diesen Deckel hoch Das Ja Bestimmt nicht laut Und auch nicht schwer Mach das noch lauter, Jungs Ich liebe meinen Typen Das habe ich auch in letzter Folge bei Micha festgestellt Ihr könnt auch die Playlist abchecken Da seht ihr auch Michas Folgen Die habe ich auch in der Playlist mit drin Aber wie gesagt auch gerne mal zu seinem Kanal vorbeischauen Ich glaube ich bin voll mit Scheiße Bin mir nicht ganz sicher Aber es ist auf jeden Fall nass Und es ist dunkel, ich sehe nichts Ich kann nicht zu dir runterkommen Also ich glaube wir brauchen doch eine Taschenlampe Hier Steht ja auch bei dir Ja die ist hier oben Ja dann nimm die und komm dann Scheint zu funktionieren Ich glaube die funktioniert Bestimmt Wenn wir unten sind So Ah ne geht Juhu Rutsche Ey wo bist du? Ach da Was machen wir jetzt? Ich glaube du brauchst mein Licht ne? Ja Ich muss hier was machen Und du musst mich glaube ich anstrahlen Ja das schaffst du gerade noch alleine Ja aber ich sehe nichts Ach so Hilfe Ja und jetzt Ja das habe ich jetzt gemacht Das Boot ist auf Oh 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 Ehrig shit Ciao Ja ich muss auf die andere Seite Ey ich komm ich komm ich komm ich komm Boah ey wir sind hier gerade einfach in Scheiße Übergall Wir sind auch aus der Toilette ausgebrochen Ja aber da war ja keine Kacke Nö Kacke Pipi kacke Pipi kacke So jetzt bist du Ja 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 komm doch mal Wie er mich anstrahlt Volle Kanne ins Gesicht Was war das? Weiß nicht Das klingt wie ein Löwe Ist bestimmt gesund Komme ich irgendwie hoch zu dir? Ne ne Aber ich hab das Wasser hier gestoppt Deswegen kann ich jetzt durchgehen Ah cool Slugged Was bist du denn? Hm Keine Ahnung Was? Hä? Ey Das ist ein Taschnappel irgendwo Ja 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 hier Flashlight Bitteschön Give me the Flashlight Oh jetzt hab ich diese Kacktaschenlampe ey Du musst mich aus dieser Tür hier raus holen Gar kein Bock Ja kann sein Unten Ich rüttel noch ein bisschen dran Ja vielleicht passiert irgendwas Oh Da hab ich mal wieder zu viel Kraft gehabt Hups Ah meine Muskeln Ich kann die einfach nicht zurückhalten Bist du hier? Ja da bist du Haha was ein Bob Ja man ist gut Mach mir die Tür auf Jetzt fällt es mir auch auf Dass es Riegel ist Ah mit dem Stein draufhauen Und Bam Bam Und Bam Ah dankeschön Hello my friend Ich geh einfach durch Auf drei okay Geil So Eins Und Let's go Oh Perfektes Timing So geh mal vor Ich hab kein Licht Oh man Ich seh auch nicht so egal Ich seh auch nicht man Hey geh weg Wo wollen wir lang Ich weiß nicht immer den längsten Weg Ich weiß nicht immer den längsten Weg Der kürzeste ist nie der richtige Schön Ja hier ist auch nicht richtig Hilfe Das war ein toller Weg Einfach dem A wie Ausgang Hä Ich hab keine Ahnung wo ich hin muss Hier oder? Jo Jo da hin Da ist Licht und das kommen wir von da Da scheint es gut zu sein Das sind Wachen Und jetzt Jemals was mitgekriegt hätten Oh hier Ja Komm mitmachen Ups Weißt du oben waren Wachen Ja Pff Egal Oh fuck It's too high man Och nein Das hab ich Das kenn ich aus dem Ja aus dem Trailer Das kann nur schief gehen Ah Alter Das ist so schwierig glaube ich Ich weiß es nicht Aber es sah auf jeden Fall nicht einfach aus Wobei es bisher geht das Gameplay Ja Das ist ne coole Story Aber das Gameplay ist Das funktioniert nie im Leben Das denke ich auch Nein Mann Und du sollst das als Kind immer wieder tun Du bist verrückt Was muss ich machen Fieck in dem Bereich drücken Ich geh in dem richtigen Bereich drücken Oh shit Ich hab schon mal Daneben Ich auch Ich auch noch mal Pff Woh Alter Warte lass mich ein bisschen hoch Du darfst nicht zu weit hoch Ich glaube wir müssen das relativ gleichzeitig machen Nein Vergangen Ich hab's auch verkackt Hilfe Ja so ist gut Ja das ist perfekt Weiter weiter Und da ist ne Wache Die ist einfach gar nicht Vorbeigelaufen Nein Du darfst nicht zu oft machen Wenn ich nicht mit sie Weil ich war kack Alter Also ich hab verkackt Ich auch Haha Und hab Scheiße Ich hab verkackt Nein warte doch Du darfst nicht wegziehen Weil sonst rutschen wir wieder Und hab Nein ich hab verkackt Hälp Und nochmal Hälp Oh nein ich hab auch wieder verkackt Alter wie schlecht bin ich denn Das ist doch gar nicht so schwer Ich drück einfach immer zu früh Wieder einfach wachen Ganz entspannt rumlaufen Ja jetzt haben wir den Dreh raus Gleich fallen wir hin Nein verkackt Was Was Ja Du bist einfach Wir sind einfach gestorben Hallo Hallo Ja ja komm komm ich warte auf dich Ich hab das ja gerade mit Absicht gemacht Leute Nur dass ihr Bescheid wisst Ich wollte nur mal sehen was passiert Wenn man jetzt Wenn man wirklich noch weiter drückt Es ist ja logisch dass ich dann warten muss Aber ich dachte komm probierst du einfach mal was dann passiert Wenn ich dann noch weiter drücke und dann Bis zu einem Alle das würde ich mir nie im Leben in echt trauen Man hat ja gerade gesehen wie das enden kann Na ich verkack die ganze Zeit Ah was ist das denn hier Ich warte auf dich Gardner Ja ich bin zu dumm Ja ich geh einfach tschüss Ja ich bin zu dumm Ja ich bin zu dumm Ja ich bin zu восемn Ja du bist einfach tschüss Ja du bist wirklich Genau das war's Das war nicht mehr Absicht jetzt. Ich kann das nicht. Alter, wir sind so gut einfach. Ich warte jetzt immer, bis es von rechts da runterkommt. Genau, dann treffen. Oder auch nicht. Scheiße. Und ich warte auf dich, bis du wieder auf meiner Höhe bist. Und wir machen immer von rechts, okay? Ja. Ab jetzt. Immer rechts. Komm, das würde jetzt nicht so schwer sein, das jetzt zu schaffen, Alter. Wir sind schon zweimal einfach gefallen. Da oben ist Licht. Nein, ich hab verkackt. Ich seh das Licht. Ich warte, bis du auf der Höhe bist. Und jetzt wieder von rechts. Komm noch einmal, komm. Da ist Licht. Komm noch einmal. Komm noch einmal, ja. Komm noch einmal. Nein, ich hab verkackt. Zum Glück gleichzeitig. Warte noch mal eine Runde. Jetzt mach ich. Ich hab verkackt. Wo ist er es? Ja, ja. Und jetzt wieder. Nein, ich hab verkackt. Oh, wir haben's geschafft. Oh mein Gott, ey. Zweimal gestorben einfach. Oh, diese Kacke. Und letztendlich. Gefahr von Höhen? Irgendetwas so. Bist du wirklich ernsthaft? Ein Runde wäre schön. Lass mal wieder runtergehen. Hier ist nur ein Ort, wo du das kannst. Der Kacke. Ja. Verdammt. Als ob wir jetzt echt nicht durchkommen. Ich glaube, es ist der gleiche Weg runter, oder? Ja. Alter, als ob wir wirklich... Wir haben umsonst gestorben dafür, oder was? Als ob es jetzt wirklich kein... Ja, die klettern wieder zurück. Oh mein Gott. Alter. Ich dachte halt jetzt echt, dass es da... Dass wir halt jetzt... Was für ein Scheiß. Ja. Aber es wäre auch... Ich sag ja, das wäre ja schon krass, wenn wir... Wenn wir in der Werkstatt arbeiten sehr gut. Es wäre ja auch krass, wenn wir jetzt schon ausgebrochen wären. Ob der Typ aus der Wäscherei wieder am Leben ist? Ja. Ich liege gleich den nächsten um. Den du überzeugt hast. Ja. So überzeuge ich auf meine Art. Kenn ich nicht. Ich lege gleich den nächsten um. Oder überzeugt den nächsten. Oh. Hau mal ganz laut. Ich habe nur eine kurze Frage für dich. Ja, ich. Was ist es? Äh... Es ist... Montag? Nein, nein, nein. Ich arbeite im Gegensatz zu dir. Da komme ich nicht durch. Das ist meine Wäscherei. Es ist? Okay. Äh... Du musst den, glaube ich, irgendwie ablenken, oder? Könnte? Es ist schon ein bisschen besser. Nice. Ja, ich frage gerade auch mal, wer es heute verschwinden kann. All the time. Aber, äh... Was ist das? Das Metalldetektor? Ja, Leute finden einen Weg, um es zu gehen. Hä, was hat meiner jetzt für so ein Ziel? Wir müssen den Metalldetektor danach auch umgehen. Ich glaube, ich habe nie den Weg noch nie benutzt. Ich mache ihn mal ab. Ja, stimmt. Stimmt. Du kannst einfach mit ihm reden und ich nehme ihn währenddessen. Ja. Naja, das... Lass mal deine Maschine los. Das wäre eine ganz einfache Idee, ehrlich gesagt. Ja, da habe ich mich ja jetzt kompliziert angestellt. Ich weiß nicht, vielleicht. Du warst in der Lagerdruppe, oder? Ja, sicher. Ich wurde transferiert. Ah, also das ist, wo ich dich von weiß. Problem. Wie kommen wir jetzt raus? Ich muss... Da hast du nicht durch. Mit Teildetektor. Hups! Was ein Profi. Aber, bro. Alter, in der heutigen Folge läuft ja richtig. Richtig gut, ne? Ja, aber das lief ja deutlich einfacher als gedacht. Ich dachte mir, ich dachte... Hm, wie mache ich das denn und so? So, und jetzt muss ich... Tamering time. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Hey, ist das der Ort, um die Tools zu bekommen? Ja, ja, sicher. Du kannst sie hier. Und bis sie dich verletzen, sie verletzen. Ich glaube, ihr hat was. Sie steht oben in deiner Ecke. Wo bist du denn jetzt? Ach da. Vielleicht hat jemand es von dir verletzt. Keine Worte, Mann. Ich bin 100% sicher. Ich habe es ihm zurückgegeben, gestern. Stopp lieb. Du weißt, wie Dinge hier funktionieren. Ja, ich mache es. Du wirst verletzt, was du nicht gemacht hast. Hä? Wie kommen wir jetzt hier raus? Ich gehe mal durch. Ich kann ja durch. Du bleibst bitte hier. Ja. Ich gehe einfach mal durch. Hä? Und dann? Ich habe ja nichts. So. Du gibst mir den einfach hier am Gitter irgendwo. Ganz wundervoll. Gib mir den hier irgendwo. Ja. Hä? Ich muss hier durch. Einen Moment. Ich sabotier den einfach. Ach, lol. Ja, pfff. Oh, ciao. Gar kein Problem. Alter, wenn man das halt wüsste, ne? So. Wir können gehen. Jo, ciao. Wir haben Feierabend. Renn weg hier. So. Ja, wie kriegen wir denn jetzt in die Zelle, ist die Frage, ne? Ach, mittlerweile. Hier werden wir ja kontrolliert. Ach. Hier werden wir abgetastet. Da werden wir kontrolliert. Warum habe ich eigentlich schon wieder diesen Ding? Ich kann ja mal durchgehen. Moin. Da kommen wir nicht durch, hat er gesagt. Ich glaube, du musst durch und dann wieder irgendwie ablenken. Ja. Oder du gibst mir dann irgendwo durch. Alter, wie soll ich? Hier, hier, du musst auf die andere Seite. Ach, tatsächlich, muss ich dir den geben. Ja, als ob. Auf der Seite. Hi. Hey. Ey, wir sind so klug. Er steckt ihn sich einfach vorne in die Hose rein. Ja, jetzt hast du den, ey. Zum Glück, ich bin den los. Alright. Let's go. Ey, wir sind aber die krassesten Schmuggler. Hey. Hey. Oha. Oh, die haben es repariert. Tatsächlich. Als ich vorhin rein bin, äh, da wo du gekommen bist, also erst im Gefängnis angekommen bist, da hat es nicht funktioniert. Du musst dir ansprechen. Jo. So was kann ich gut. Hey, Leute. Da ist ein Problem. Was ist es? Lass mich dir zeigen. Komm mal. Lass mich dir zeigen. Lass mich dir zeigen. Schnell durch. Durch. Was ist passiert? Oha. Warte auf dich. Let's go. Alright, step aside. Was für Idioten. Also ich bin hier oben. Den einfach gesagt, dass es einen Drogendeal am Start gibt. Lassen sie alle anderen Türen offen. Ja, jetzt können wir durch. Ja, da ist noch eine Wache. Ja, als ob die uns checkt. Let's go. Inside. Die checkt uns wirklich nicht. Tadam. Die haben noch nie was abgecheckt. Wird ja vorher genug geprüft. Hä? Ist der irre? Durchsuchen. Alter, das war ja so knapp. Scheiße, ich hab ein Problem. Was war das denn? Ich hab dieses Scheißteil doch. Ja. Wolltest du das mal annehmen? Ja. Gib, 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 gib. Er guckt gerade. Gib doch her! Ja. Alter. Versteck diesen Scheiß. So gut, ey. In einer in der Toilette verrückt. Hoffentlich hast du deinen Job gut gemacht. Zelle ist sauber, ja. Das ist ein Drecksloch. Das war knapp, aber wir sind halt krass und wir haben auch das wieder geschafft. Ja. Mann, Mann, Mann. Hey, baby. You good? God, I missed you. I miss you, too. Linda. I got a plan to get out of here. Good. What can I do? Don't worry. I got someone helping me in here. Who's that? His name is Vincent. Seems legit. Are you sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. But this guy wants to take him down as much as I do. What? Why? Why? I don't know yet. But I'll find out. Okay. So, how's Alex? Well, it's been six months. He misses his father. Shit. I miss him, Linda. Has he found out? No, no. Listen. It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Good. Good. Any trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah. I got us a new place. We should be safe for now. That son of a bitch. Baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused. Hey, why are you still waiting? Nobody's coming for you. Maybe she just missed her bus. I'll wait some more. No more visitors are coming in today. You want to make a phone call? Or you want to go back to your cell? I'd like to make a phone call, sir. Let's go. Yeah? Carol. Why aren't you here? Because I'm at home, expecting our baby. Please. We've talked about this. No. You've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm going to be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No. But I need to take care of the Harvey situation. Carol. You know that he killed Gary. He was my family. My own brother. I know you miss him. But you can't bring him back. You're just going to get yourself killed. Please. You know I have to do this. I can't believe you, Vincent. Hello? 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 Now the story will be really interesting. Yeah. You have a intact relationship with me. Well. I have a sexy lady on my side. Let's eat again. You know what I would do when I'm home again. I'm broken. Do you hear about the weather? There's a storm coming. I did it. It's our window. We leave tonight. I'm ready. Oh. Da habe ich einfach mal gecrawlt. Vor allem wie können wir einfach Wetterbegicht hören. Es war am Handy nachgeschaut. Wir haben ja auch kein Radio oder so. Wir haben ja nichts da. Das verstehe ich nicht. Alter, wir sind automatisch da oben. Vielleicht auch besser so. Übergeben oder selber schrauben oder was? Ich schraube. Ich muss mal in meine Schrauben schrauben und dann gebe ich in die. Das sieht ganz so unecht aus. Boah. Weil wir wissen halt nicht mal, was da oben ist. Sehe mal vor, da wäre jetzt einfach der Raum von den Wachen oder so. Irgend so ein Pausenraum oder keine Ahnung. Ich kann nicht glauben, dass ich in dieser Schrauben schrauben werde. Ich kann nicht glauben, dass ich in dieser Schrauben schrauben werde. Es ist nicht vorbei, bis die schrauben schrauben. Oh, sie wird schrauben. 信 mir. So, ich habe hier so einen Wagen. Hä, wo willst du damit jetzt hin? Hä? Ja, der Profi, der hat das Spiel ja schon mal gespielt hier. So. Ja, geh mal weg. Ja, geh mal weg. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Jetzt springt der irgendwo runter. Kriech in den Gang entlang. Ich habe ein bisschen Angst hier. Hast du das? Oh, ich höre Wachen. Ich auch. Irgendwo sind Wachen, ne? Alter, ist das... Ich bin gleich da bei den Wachen. Unauffällig. Oh mein Gott. Und um die Spannung hochzuhalten, würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle den Part. Micha wird weiter aufnehmen. Bei Micha gibt es den nächsten Part. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Danke fürs Zuschauen. Das war total, wenn es dir gefallen hat. Und bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao. Hallo? Ja, ich habe so eine kurze Frage. Können wir kurz Pause machen? Ja, du musst Tschüss sagen. Achso. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.